Seit vielen Jahren klagen jene Opfer, die vor Jahrzehnten in Wiener Kinderheimen missbraucht wurden, über ihnen angetanenes Unrecht. Bekannt wurde nun durch eine Studie, dass auch Kinder in psychiatrischen Einrichtungen der Stadt Erschreckendes erleiden mussten. Die Stadt Wien soll sich endlich entschuldigen, fordern die Freiheitlichen. Das Leid der vielen Betroffenen müsse anerkannt werden. Es sind viele Opfer zu uns gekommen schon in der Aufarbeitung der Heimskandale und diese Menschen haben eines gesagt und zwar sie sind erwerbsunfähig geworden durch diese jahrelangen Misshandlungen. Das heißt sie konnten nie einer geregelten Arbeit nachgehen und dieses Geld fehlt ihnen natürlich auch jetzt in der Pension und darum wollen wir sichergestellt wissen, dass die Stadt Wien endlich dieses Leid anerkennt und eine Opferrente auszahlt, weil diese Menschen nie in den Arbeitsprozess eintreten konnten. Bundeskanzler Christian Kern hat zumindest eine Rente von 300 Euro für Missbrauchsopfer zugesagt. Und wir sagen, das muss mindestens von Wien verdoppelt werden, das heißt zusätzlich noch einmal 300 Euro an Opferrente im Minimum. Aber was den Menschen wichtig ist und das ist aus diesen vielen Gesprächen herausgekommen, ist, dass nicht nur das Geld für sie wichtig ist, sondern auch ein Akt der Anerkennung, ein Akt der Entschuldigung, der seitens der Stadt Wien endlich getätigt werden soll und Bürgermeister Häupl weigert sich eben bisher hier im Rathaus einen Akt der Entschuldigung, einen Akt der Versöhnung zu veranstalten und diesbezüglich werden wir auch einen Antrag im nächsten Gemeinderat einbringen, dass dieser Akt der Entschuldigung abgehalten werden muss. Außerdem werden die Freiheitlichen eine Gedenktafel beantragen. In Wien gibt es ja viele Gedenktafel für viele, viele Opfer und das ist auch wichtig so, aber es fehlt noch eine Gedenktafel und das ist eine Gedenktafel für die zahlreichen Opfer in den Kinder- und Jugendheimen in der Stadt Wien. Und hier verlangen wir, dass oben am Wilhelminenberg stellvertretend für die zahlreichen anderen Heimen, wo es leider zu diesen Übergriffen gekommen ist seitens der Stadt Wien, dass dort endlich eine Gedenktafel errichtet wird mit einem Zusatztext, wo man sich eben bei diesen Opfern endgültig entschuldigt und dieses Leid auch anerkennt.